Schauen wir mal, was der Kollege sagt. Wer ist Azar Yavet? Oh oh. Also wenn ihr mal auf das Schwert achtet, dann seht ihr, wenn es rot oder gelb hinterlegt ist, nur dann darf man klicken. Oh, es ist so ruhig gestrichen, dann darf man nicht klicken. Oh, oder ich wurde von hinten erdolcht. Also schön, auf ein neues. Und jetzt muss ich besser aufpassen, ich habe gar nicht auf meine Lebensleiste geachtet. Ja, guck mal, ich bin jetzt schon nur bei einem Viertel, bei einem Drittel. Gut, in dem Fall machen wir einmal noch die Schwalbe. Und vielleicht haben wir noch was zum Essen im Inventar. Die Schwalbe habe ich noch hier. Ah ja, ein Hammelbein hilft. Können wir noch kurz warten, bis ich ein klein wenig mehr... Oder, warte mal, geht es vielleicht auch schneller, wenn ich noch mehr esse? Ne, ich glaube, noch schneller geht es nicht. Hilft dann ganz normal. Okay. Ich warte noch ein ganz kleines bisschen, bis unsere Lebensleiste etwas höher steigt. Okay. Das hat ja gedauert. Dann eröffnen wir mal den Tanz. Oha. Alle zusammen aufheben! Ne, das! So, ich gehe auf Gruppenfight. Und dann schauen wir mal. So, nach Art macht er nämlich einen One-Hit. Das ist halt mega, mega geil. Aber ich muss auf diese Generation achten. So, der hat auch schon einiges abgekürzt. Giff, pisco. Oh! 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 Ihr seid ein beeindruckender Schwertkämpfer. Alvin, warum bist du hier? Der Geistliche schickt mich zu dem verlassenen Haus. Er sagte, da würde jemand auf mich warten. Dieser Sohn einer. Gut, dass du in Sicherheit bist. Sie sagten, wir würden nach Visima gebracht. Nach Visima. Dort werde ich die Salamandra finden. Mir nach. Wir werden einen Weg aus dieser Höhle suchen. Diese Wand sieht dünn aus. Vielleicht können wir sie einreißen. Versuchen wir es. Oh ja. So. Alvin und die Chipmunks oder sowas. Alvin lebte bei Abigail, bis die Hexe den Jungen dem Geistlichen übergab. Der Prediger wiederum überließ den weisen Jungen einer Gruppe von Schurken der Salamandra, die von den Bewohnern des Umlands verlangten, dass sie ihnen Kinder geben. Ich tötete die Banditen und rettete Alvin. Alter. Ist krass, oder? So, Asajabed. Ach, jetzt haben wir den Namen zu dem Kerl. Da stand vorher immer nur so der Magier. Sein Name ist Asajabed. Der exotische Name deutet an, dass er von weit herkommt. Wild. Nice. Okay. Ich habe den Boss der Salamandra im Umland getötet. Ich muss einen Weg aus dieser Höhle finden. Und Berengar entfloh den Salamandra und kam wohl irgendwie nach Vysima hinein. Dann werden wir den dort sicherlich treffen. So, aber jetzt erstmal looten. Oha, was hat denn der? Buch des Waldkauzes. Aha. Und Waldkauz dazu. Hühnchen. Bernsteinring. Den kann ich eigentlich auch direkt... Wo habe ich ihn jetzt? Ah, direkt hier hinpacken. Und Kohle. Ähm, das kann man nicht direkt lesen. Kann ich das nämlich wieder droppen? Ah gut, Höllenhundsäle habe ich ja schon gelesen. Welches? Das hier haben wir gekriegt. Jawohl. Bindekraut. Bindekraut. Wurde speziell für den Kampf gegen Ungeheuer geschaffen, die Säure als Waffe einsetzen. Unter Hexern wird er auch Sumpftrank genannt, da Ungeheuer die Säure spucken oder deren Blut ätzend ist, meist in Sümpfen anzutreffen sind. Das könnte sehr hilfreich sein gegen diese Pflanzen. Müssen wir mal ausprobieren das nächste Mal. Sweet. Nicht schlecht. Hier haben wir noch ein bisschen Kohle. Kleine Axt. Bla, bla, bla. Kiste. Aha. Silber nach hinten mit Rubin. Oh ja. Blauer Meteorit. Geil. Wie war das? Ich brauche drei Meteoriten zum Herstellen eines Schwerz. Perfekt, ey. Dann brauche ich nur noch einen. Dann müssten wir zurück zum Schmied gehen. Nice, 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 nice. Hm. Schatztruhe. Buch des Waldkorts. Das hatten wir schon. Kann ich die Ringe eigentlich auch stacken? Nee. Okay. Da sind die Seewandpilze. Ich wusste doch, dass man die looten kann. Oh Gott. Sind da noch mehrere Kinder. True. Oh Gott. Kessel. Da könnte ich noch meditieren. So. Mehr Überreste. Nein, das kommt da lassen. Guti. Da habe ich nur die Dolche liegen lassen. Okay. Komm, wenn wir schon mal da sind, können wir einmal kurz meditieren. Also gut. Dann schauen wir mal. Talente habe ich keine mehr. Ähm. Ah, Bindekraut kann ich nicht herstellen. Was brauche ich dafür? Aber es ist nicht die Fähigkeit der Ölherstellung. Ah, das war Öl. Ach, hier sieht man es. Nein, hier sieht man doch nicht. Hä? Ach, das war das Öl. Okay, Bindekraut war der Trank. Aha. Crazy. Alkohol brauche ich immer als Grundzutat. Und dann war es Äther. Quebrit. Und was Grünes. Carmin. Da habe ich gar nichts. Deswegen zeigt es mir nicht an. Aber ich könnte ja aus Jux und Tollerei jetzt einfach mal noch das Rotes hinzufügen. Und mal schauen, was dabei rauskommt. Ausruhzeit. Ja gut, eine Stunde muss ich immer, je nachdem was ich mache, gell? Toll, aber jetzt habe ich nicht erfahren, was das irgendwie ergeben haben könnte. Doch, weißer Honig? Ne. Doch? Ne. Verwirrend. Okay. Ihr werdet auch nichts ausprobieren. Und was Grünes? Carmin. True. Carmin. Nicht Carmin. Carmin. Wie gut. Dann meldetieren wir mal eine Stunde. Wenn du ein Konzept mischst, das du nicht kennst, kommt ein unbekannter Trank dabei raus. Naja, ich habe schon einen unbekannten Trank. Nein! Da war es doch weißer Honig. Ich wollte gerade sagen, wir werden hier die ganze Zeit unbekannter Trank stehen. Da ist doch weißer Honig. Aber es hat mir gerade gar nichts angezeigt. Deswegen war ich verwirrt, weißt du? Und dann war es wohl der hier, den wir gerade erstellt haben. Unbekannter Trank. Also, dann haben wir scheinbar die Formel zu dem weißen Honig irgendwo gefunden gehabt. Und das hier ist der unbekannte Trank, den wir gerade hergestellt haben, maybe. Who knows? Das kann man, glaube ich, droppen. Who knows? Okay. Sweet. Was war das? Schal. Ja, okay. Macht Sinn. Perfekt. Lass mal so. Ich speichere kurz. Okay. Also. Dann such mal einen Weg hier raus. Ah. Ja, wunderbar. Kommen die Kinder mit? Ja, Alvin trottet ganz entspannt. Warte mal, vielleicht sollte ich doch nochmal mit den Kiddies sprechen. Hä? Die sind gar nicht mehr da? Hä? Okay. Never mind. Da hinten geht's auf jeden Fall auch nicht weiter. Korridor. Okay, ich hab irgendwie das Gefühl... Ja. Ich hab irgendwie das Gefühl, diese ganzen unterirdischen Höhlen sind alle miteinander verbunden. Aber es ist nur so ein Gefühl. Diese ganzen Ratten immer richtig wild, gell? Da hinten ist Abigail. Warum seid ihr hierhergekommen, Hexer? Warum seid ihr hier, Hexe? Ich braue einen neuen Zauber. Warum? Eure Magie raucht gewaltig. Mächtige Zutaten ergeben mächtige Zauber. Mächtig genug für das ganze Dorf. Warum tut ihr das? Der wütende Mob ist hier. Verbrennt die Hexe. Brüllen sie. Sie hat die Bestie herbeigerufen. Ich muss mich verteidigen. Menschen haben die Bestie mit ihren bösen Taten herbeigerufen. Das überrascht mich nicht. Der ehrliche Mikul hat Ilsa vergewaltigt. Sie nahm sich das Leben. Ihr habt von dem Gift profitiert. Odo tötete seinen Bruder für Geld. Der Geistliche verstieß seine Tochter, als sie schwanger wurde. Jetzt lebt sie als Hure in Vysima. Haren verkaufte der Stadtwache ein Eichhörnchen. Für eine Handvoll Gold. Ihr habt das alles gewusst und nichts getan. Sie geben mir Gold für Gifte und andere Tränke. Was sie damit machen, geht mich nichts an. Jetzt ist klar, weshalb die Bestie euch heimsucht. Ich muss die Schuldigen überführen. Bleibt hier, während ich mit denen draußen spreche. Lasst nicht zu, dass sie mir wehtun. Meine Sünden sind nicht so schlimm, wie sie sagen. Wirklich? Findet es selbst heraus. Ich bin auf ihrer Seite. Weil ich glaube, sie ist so wie ich. Und wir haben alle Zeit der Welt. Äh. Was? Das passt doch jetzt überhaupt da gar nicht rein. Nicht nötig. Ich spreche mit den Dörflern. Seit ich euch das erste Mal sah, fühle ich mich zu euch hingezogen. Wo kommt denn das jetzt her? Wo kommt denn das jetzt her? Ah, natürlich. Nehmen wir mit, oder? Ich find sie schon ganz cool. Ich find sie schon ganz cool. Wir müssen ja noch ein paar Karten sammeln. Abigail. Seit ich euch das erste Mal sah, fühle ich mich zu euch hingezogen. Oh Gott. Wenn die Worte nur jedes Mal reichen würden, ha? Krass. Aber ich war auf ihrer Seite. Safe war ich auf ihrer Seite. So. Aha. Cool. Ähm. Ich muss mich draußen der aufgebrachten Menge Dörfler stellen und ein Urteil fällen. Oh Gott. Wieder Entscheidungsphase hier. Ähm. Ja, nun. Können wir noch was loten? Okay. Nee. Okay. Geht's hier überhaupt raus? Da geht's raus. Okay. Seid ihr bereit? Verbrennt die Geliebte des Teufels. Lasst die Hexe unter Schmerzen sterben. Die Hexe versteckt sich dort drinnen. Soll das ewige Feuer ihren sündigen Leib verzehren. Dann wird uns die Bestie verschonen. Nicht so schnell. Immer auf die armen Hexen. Wir müssen ein gerechtes Urteil fällen. Diese Schlampe hat mein Leben ruiniert. Sie hat meinen Bruder verzaubert. Sie wollte ihn stehlen. Ihn und sein Gold. Mein Bruder hat sie verschmäht. Darum wirkte sie Teufelsmagie auf mich. Benutzte mich, um ihn zu töten. Diese Heimtücke. In ihrer Hütte bemerkte ich eine Puppe, die euch ähnelt. Ich träume noch jetzt davon, wie ihre Magie den Mord beging. Sie verdient den Tod. Ihr glaubt doch nicht ernsthaft. Schau mal wie Oberasiel. Er killt seinen Bruder. Er erbt dadurch ein Vermögen wird stinkereich, kann den ganzen Tag nur saufen und rummachen und schiebt dann die Schuld auf Abigail und sagt, ja, nee, nee, das war er gar nicht. Er wurde von ihr verhext. Real Talk. Ihr Bruder war ein Krieger. Ihr seid nichts weiter als ein Säufer. Wie hättet ihr ihn je töten können, wenn nicht im Schlaf? Ich glaube euch. Das stimmt halt auch wieder. Er wird seinen Bruder doch nicht wegen dem Gold getötet haben. Ganz klar ist die Hexe schuld. Ganz klar, ganz klar. Ihren sündigen Leib haben wir doch gerade schon verzehrt. Hey, Joe, das darfst du aber keinem verraten, gell? Erzählt sich weiter. So, ja gut. Ja, glauben tue ich ihm nicht, nö. Aber die Antwort finde ich jetzt auch nicht so geil. Spricht irgendwie beides gegen Abigail. Euer Bruder war ein Krieger. Ihr seid nichts weiter als ein Säufer. Wie hättet ihr ihn je töten können, wenn nicht im Schlaf? Ach, ich dachte eher quasi so Schlafwandel-mäßig. Nein, er im Schlaf. Okay, okay. Der Bruder. Was ist eure Anklage, Haren? Sie machte mich zum Hafka. Sie versprach mir ihren Körper, wenn ich den Scoia-Tel helfe. Ich verachte Anderlinge, aber ich musste Handel mit ihnen treiben. Euch ist es doch nicht schlecht ergangen. Gold ist nicht alles. Ich musste es tun, weil sie mir ihren Körper versprach. Was ist denn das für ein Argument? Hä? Das ist das schlechteste Argument von allen, was ich je auf dieser Welt gehört habe. Das ist so richtige, richtige, richtige Scheiße mal wieder, wie die Frauen im Mittelalter ganz, ganz, ganz häufig verurteilt wurden. Vor allem von gläubigen Menschen, Männern in dem Fall, von wegen, dass sie irgendwie vom Teufel her, dass sie vom Teufel, also dass die Frauen vom Teufel besessen sind, weil sie sie verführen wollten. Weil sie doch gläubige und keusche Männer sind. Und dann ist nämlich die Frau schuld daran, dass sie irgendwie unkeusche Gedanken haben und sich von der Frau angezogen fühlen. Da sitzt der Teufel in der Frau. Und deswegen ist sie eine Hexe und an allem schuld. Und genau das ist das Prinzip. Er sagt, er hat es machen müssen. Er sagt, er hat es machen müssen, weil sie ihm ihren Körper versprochen hat. Versteht ihr, wie irre das eigentlich ist? Und warum ich gerade so ein bisschen darüber rante, das war halt wirklich so. Das war halt wirklich so. Wenn ihr mal so Romane lest, also die, die sich auf die Zeit beziehen, so auch, auch wirklich echte Literatur darüber, dann stimmt es halt tatsächlich. Mittelalter ist vorbei. I know. Wie insane ist das bitte, oder? Wie insane ist das bitte? Die gute alte Zeit. Koala. Oh Mann, hey. Krass, oder? Wir werden dazu verleitet. Wir wollen das doch gar nicht. Das gibt es auch heute noch, ganz klar. Aber nicht in meinem Umfeld, deswegen kann ich darüber nicht sprechen. Männer sind arme Opfer. Ja, so ist es. Die können nichts dafür. Deswegen ist Eifersucht, also jetzt mal ganz unabhängig von Männern oder Frauen, aber ich finde es halt krass, dass man heutzutage noch vor Gericht, ähm, wie sagt man, mildere Umstände oder sowas, äh, bekommt, wenn, ähm, wenn, die Tat aus Eifersucht passiert ist. Mildernde Umstände, gell? Mildernde, ja. Du kriegst mildernde Umstände, wenn du zum Beispiel deinen Freund umbringst, weil der, ähm, zum Beispiel fremdgegangen ist. Kriegst du mildernde Umstände, wenn du ihn umbringst. Also weißt du, wie ich meine? Dann bist du quasi selber schuld daran, wenn du deinen Partner oder deine Partnerin eifersüchtig machst und der oder die dich dann umbringt. Nee, andersrum. Wenn du, wenn du den Partner oder die Partnerin dann umbringst, kriegst du mildernde Umstände, wenn die Person dich zuvor eifersüchtig gemacht hat. Das ist doch krass, oder? Das ist doch krass. Bekommt man auch, wenn man sich vor dem Mord die Birne zuschüttet. Ach, tatsächlich, ja. Ist nicht so irgendwas mit Unzurechnungsfähigkeit auch drin? Ja, ja, ja. Also ich finde das halt echt krass. Ich finde das halt echt krass. So, prinzipiell so dieses hormongesteuerten Aktionen, die manche Menschen da raushauen. Genau, kann ja mal passieren. Also gut. Also, pass mal auf. Ihr handelt mit Banditen, die Kinder entführen. Ich glaube euch kein Wort. Ihr habt mich überzeugt. Krass. Ja, ich befürchte halt, ich werde die alle jetzt gleich töten müssen. Das ist ein bisschen ungünstig. Ihr handelt mit Banditen, die Kinder entführen. GWH, dankeschön für dein Follower. Habt ihr eure Entscheidung getroffen? Was denkt ihr, Geistlicher? Komm schon, immer eine Geistliche. Die Hexe hat Odo und Haren benutzt. Und sie hat Ilsa vergiftet. Das ist halt... Das stimmt halt einfach nicht. Es stimmt halt einfach nicht. Leute, sowas, sowas, da dreht sich in mir alles um, Leute. Sie hat Ilsa vergiftet. Ich finde das sowas von... Das triggert mich so hart. Ilsa ist zu ihr hingegangen und hat gesagt, hey Kollegin, pass auf, ich will Gift, ich will mich selber umbringen. Und nur weil Abigail gesagt hatte, jo, nicht mein Ding, ich mach dir den Trank, aber was du damit machst, ist dein Ding. Und Ilsa nimmt den Trank dann selber. Ist jetzt auf einmal Abigail schuld? Ganz ehrlich? Wie kann man die Schuld und die Verantwortung immer auf andere schieben? Sowas hasse ich halt ohne Ende. Ganz ehrlich. Krieg ich voll den Ausraster. Im Spiel gibt es wenigstens einen Helden, der mit diesem Abschaum aufräumt. True. Wenn Abigail ihr das Gift nicht gegeben hätte, hätte sie einen anderen Weg gefunden, sich umzubringen. True. 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 Also, ich finde das so bescheuert. Also, schauen wir mal. Mikul vergewaltigte Ilsa, die sich daraufhin das Leben nahm. Abigail hätte schon längst fortgehen sollen, aber sie blieb, um sich für das böse Schicksal, das über sie kam, zu rächen. Mit ihrer Teufelsmagie hat sie die einfachen Leute manipuliert und die Bestie herbeigerufen. Nein, ihr seid die Schuldigen. Okay, jetzt ist vermutlich der Tag der Entscheidung, der Moment der Entscheidung. Ja, obviously, oder? Ich meine, welcher Unmensch nimmt hier Abigail ist schuldig? Die süße Maus. Dreckskinder. Stimmt. Der Geistliche hat ja Allwinter an die... Wobei mir das ja eigentlich egal ist, gell? Na, ob ich mich da jetzt richtig entschieden habe? Seit Anbeginn der Zeit sind Frauen die Wurzel allen Übels. Werkzeuge des Chaos, Verschwörerinnen gegen die Welt und die Menschheit. Frauen werden nur von der Fleischeslust geleitet. Um ihre unstillbare Lüsterheit und ihre unnatürlichen Begierden zu befriedigen, der hat ein Rad ab. Schließe sich mit Dämonen ein. Die wollen uns töten. Der hat ein Rad ab. Ich habe keine Angst. Der hat komplettes Rad ab. Da ist sie. Verbrennt die elende Hexe. Jemand verbrennt hier irgendwen. Freunde, sie wollen uns Angst machen. Fürchtet euch nicht. Sie sind machtlos, wenn wir zusammenhalten. Ach, wirklich? Ich mache euch alle kalt. Wie spinnen die Römer? Ich möchte sehen, wie ihr das versucht. Verschwindet. Dann lasse ich euch vielleicht in Frieden. Geralt, der alte Stecher. Ihr habt zwei Möglichkeiten. Ihr wartet, bis ich fort bin und ermordet Abigail. Aber dann komme ich wieder und ich schlitze jeden verlausten Bauern und alles auf, das nicht auf einen Baum klettern kann. Oder ihr könnt ein anständiges Leben führen. Euer Gewissen reinwaschen und neu anfangen. wie Menschen. Ihr habt die Wahl. Alter, so badass. Geralt, richtig badass. Hab Dank, Geralt. Und sie voll fasziniert. Wir müssen uns um die Bestie kümmern. Alter. Krasse Worte, ey. Krasse Worte. Oh, fuck. Da brennt's. Okay, let's go. Oh, yeah, mine. Okay, wait. Oh, shit. Oh, shit. Die haben Abigail getkillt. Ah, shit. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Als ob Abigail jetzt stirbt. Als ob ich jetzt sterbe. Okay. hier. Hoppla. Hä? Hä? Was hilft mein... Was hilft mir gerade? Warum hab ich Leben gekriegt? Was passiert hier? Ach, Abigail lebt noch? Hä? Lol. Was war jetzt das? Ach so. Vielleicht kann sie ja auch zaubern. Ah. Oh, sie ist schon wieder gestorben. Hoffentlich lebt sie nochmal. Oh, shit. Ich bin immer noch im Feuer hier. So. Ach, der Hund brennt. Ach, jetzt reine ich das erst. Der Hund brennt. Oh. 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 Oh, shit, ey. Ich kann mich nicht bewegen, während ich brenne. Das ist ja wild. Okay, okay, okay. Wieder was gelernt. Äh. Puh. Ich hab keine Schwalbe mehr. Da müssen wir was essen. Hä? Warum kann ich mich nicht bewegen, während ich was esse? Das macht halt so keinen Sinn. Ich bin verwirrt. Ich bin mehr als verwirrt. Nein, der wäre schnell tot jetzt. Sie lebt wieder, sie lebt. Jetzt kommt die anderen, ey. Das war euer letzter Fehler, dass ihr dieser Hure geholfen habt. Sterbt, verfluchter Mutant. Ich habe genügend Kraft für euch beide. Odo, greift euch die Mistgabel. Was? Haben die die jetzt legit doch noch getötet? Ich werde jetzt rechsecken. Hä? Heilt sie mich? Von wem werde ich hier ständig geheilt? Ich bin verwehrt. Sie lebt wieder. Hä? Was? Crazy. Also geht doch. 100 Ohrens. Das ist ja mehr als wild jetzt. Alter, fett voll viel Kohle. Krass, sie hat einfach überlebt. Wie geil. Was wäre ohne eure Hilfe aus mir geworden, Geralt? Ich bin froh, dass ihr mir glauben konntet. Ich bin verwirrt. Ich war gerade auch sehr verwirrt, aber scheinbar lebt die Kleine. Sie ist ja eine Nekromantin. Ja, ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Die schlimmsten Monster im Witcher-Universum sind die Menschen. That is true. That is true. Geralt veräxt mit ihrem Körper. Ach so. Geralt wollte die ganzen Leute gar nicht umbringen. Er hat es nur getan, weil sie ihm zuvor ihren Körper versprochen hat. Stimmt. Wie vergaß ich nur. Wie vergaß ich nur. Oh Mann, Leute. Oh Mann, hey. So. Wer wäre ich denn sonst? Ich wählte das kleinere Übel. Nein. Wer wäre ich denn sonst, wenn ich mich nicht für dich eingesetzt hätte? Wer wäre ich denn sonst? Hab Dank und lebt wohl. Awww, ich bin happy. So, ich muss ins Gasthaus und Shani mitnehmen. Natürlich. Von einem Mädel zum anderen. So lobe ich mir das doch. Was haben wir hier? Krass, dass die Häuser aber alle abgebrannt sind. Echt heftig. Weiße Myrtle. Und Shellkraut, Leute. Ihr wisst nicht, wie ich mich freue, dass ich endlich Kräuter looten kann. Das ist so geil. Oh. Nee. Den wollen wir liegen lassen. Sorry, Leute. Die muss ich alle mitnehmen. Kreis des windigen Wanderers. Shellkraut, Shellkraut, Shellkraut. Ja, mit dir. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die alle auch immer noch in der Taverne sind. Ich bezweifle es. Man kann sie ja einfach totstellen. Wisst ihr eigentlich, dass es auch immer mein Gedanke war, wenn ich so Filme gesehen habe, wie zum Beispiel Herr der Ringe, wo die auf diesem Schlachtfeld sind, Herr der Ringe oder auch Game of Thrones, und einfach so tausende von toter Menschen dort einfach rumliegen, mitten auf dem Schlachtfeld, da dachte ich mir so, hey, eigentlich wäre es doch echt voll schlau, einfach sich da irgendwie auch hinzulegen. Alter, habe ich viel Kohle. Habt ihr das gesehen? Es sind über 1000 Ohrens. Ich speichere mal kurz. Ähm, sich einfach auf das Schlachtfeld zu legen und und so zu tun. Feige? Ne, was wäre daran feige? Was wäre daran feige? Mal Realtalk, du kämpfst als Soldat, wirst du dazu verpflichtet, für irgendeinen Double in den Krieg zu ziehen? Mit dem du überhaupt gar nichts zu tun hast, Groß? Mit einer 90% Wahrscheinlichkeit, dass du eh stirbst. Dann würde ich lieber mich totstellen und dann irgendwo weit, weit weg ein neues Leben anfangen. Also, das wäre es mir halt echt nicht wert. Was würden die Ahnen über dich denken? Meine Ahnen sind mir doch egal. Totstellen funktioniert nur so lange, bis ein Pferd dich drüber reitet oder du einen Pfeil abbekommst. Ja gut, wenn so ein Pfeilhagel oder sowas übers Feld rauscht, ist klar, aber ich meine, es gibt ja Möglichkeiten. Also, du könntest dich ja zum Beispiel unter eine Leiche legen. Also, ich wäre safe Deserteur, ich wäre safe, ich wäre sowas von Deserteur, ich wäre sowas von Deserteur, ich würde mich, ich würde mich sofort davon machen. Wenn die mich einziehen würden, ich soll im Krieg kämpfen, ich würde safe, safe, erste Möglichkeit, wie ich mich auf ein Pferd setzen und so weit reiten wie geht. Am besten in ein anderes Land. Die meisten Soldaten waren durchaus motiviert, zumindest anfänglich und die Chance zu sterben war in mittelalterlichen Schlachten vielleicht 20% oder so. Meistens starben nur ein Bruchteil der jeweiligen Armeen. Also, in Herr der Ringe? In Herr der Ringe? Und in Game of Thrones? Sterben eigentlich so ziemlich alle. Just saying. Wo war Gondor, als Kermorhen fiel? Wie gut einfach, Mask, wie gut. Wo war Gondor? Als Kermorhen fiel. True, ey. True, wo war Gondor? Die Leuchtfeuer von Kermorhen. Ja, ja, wilde Zeiten, Leute, wilde Zeiten. So. Freibrief. Die Person, die dieses Dokument vorzeigt, hat das Recht. Vysima jederzeit zu betreten, Leute. Wir dürfen endlich nach Vysima rein. Und Haftbefehl für den Professor. True, den haben wir immer noch. Die Zeit. Untertitelung des ZDF, 2020